Hey, sag mal, deiner geliebten Kameraführung setzen 6 von Mirko Landmann. Wenn er nicht irgendwann Amok lauft, ne? Wenn er nicht irgendwann mal Amok lauft. Ich hatte in Deutsch einen Film. Was? Sitzt man lieber weiter mit deiner Jeans auf. Style. Filma, wo bleibst du denn? Mit dein billig PC, Alter. Kauft immer lieber dein A1, Digga. Smart. So, und das für eine Granate, Digga. Richtig schlug. Taktik. Taktik, Digga. Zerstört sein eigenes Team. So sprech, ne? Hm. Ich fick ihn irgendwie. Ich schicke Videos in der Kameraführung setzen 6. Was denn ist sonst? Ob du behindert bist? Und ja, ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Sonst waren sie nicht. Hahahaha. Wie er lacht auf den Atten. Beste! Eine Frage, ne. Ich dachte, Phil gleichzeitig beginnt zu viel, um mir bei WhatsApp zu schreien. Weil er so oft tot ist. Ich bin gespannt. Wir sind zu weit. Los, Samir. Geht weiter. Ja, go. Ja, go. Ich will da mehr Motivation dran haben. Ei, 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 go! Das hier spielt wieder Battlefield, ne? Äh, Battlefield sag ich. Call of Duty auf PC. Er hat mir letztes Mal Screenshot gemacht mit Handy. Ei, ei. Doch, ehrlich. Er meinte, komm lass spielen. Er so... Das meint er immer? Was? Erzähl mal, wie lacht er? Ho, 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 ho. Okay, Digga! Okay, ist das kein Freak? Nein. Ich weiß nicht, wo ich hinziehen soll. Ich schieb's einfach. Ich weiß nicht, wo ich hinziehen soll. Das ist ein herzlichen Pumpgun, ey. Oh, schnellst du noch Dirk vor den Eingang, Digga. Bist du weh? Oh, ey. Nein. No risk, no fun. Lass du ihn fahren, Digga. Ja, ja, unnormale Freaks, ey. Bist noch low. Sorry, dass du 1 zu 4 Stats hast ungelöst. Halt die Fresse, Digga. Halt die Fresse, Digga. Halt die Fier, Digga. Oh, hat echt Spaß gemacht mit diesem Spiel mit.